Moin Moin, herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo für euch. Aufgrund einer kleinen grasierenden Grippe hat es leider unser komplettes Aufnahmeteam mehr oder weniger dahin gerafft. Barock und Nicola liegen definitiv mit Grippe flach, Raman hatte einen anderweitigen Termin und diesbezüglich fällt diese Woche Live-issued leider erstmal aus. Ich hoffe, das ist für euch kein Problem. Wir versuchen natürlich am nächsten Sonntag wieder unsere Aufnahmesession regulär weiterzumachen, aber wir möchten euch in dieser Hinsicht einmal kurz informieren, dass es diese Woche kein Live-issuedel auf Barocks bzw. auf meinem Kanal gibt. Wir wünschen euch trotzdem noch schöne Restfeiertage, kommt gut in die Woche und wir sehen uns dann spätestens nächsten Montag wieder, wenn es dann wieder heißt Live-issuedel. Bis denn, tschüss!